Heute sprechen wir über die besten Burschhunde Futter im Test. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich links in das Beschreibungsfeld unten aufgenommen. Hier präsentieren wir die besten Burschhunde Futter im Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5 der Seniorenfutter ist auf die Bedürfnisse älterer Hunde ausgerichtet, während leichtes Trockenfutter für junge, übergewichtige Hunde geeignet ist. Es ist kalorienarm, hat nur 6% Fett, einen moderaten Proteingehalt 20% und ist reich an nützlichen Ballaststoffen, die das Gewichtsmanagement erleichtern und ihren Hund schnell sättigen. Es ist zudem Weizen- und Zuckerfrei, magenweich und enthält L-Kanitin, Muschel-Extrakte, Manane und Glucane, die das Herz-Kreislauf, Muskel-Skelett und Immunsystem stärken können. Nummer 4 das Mini-Junior-Futter ist für die Aufzucht kleinerer Rassen bis 15 kg konzipiert und glutenfrei und somit für Hunde mit Glutenallergie geeignet. Es ist auch zuckerfrei und mit Muschel-Extrakten und Kolostrum angereichert, die die Abwehrkräfte junger Hunde sowie deren Knochen, Knorpel und Gelenke unterstützen können. Das Futter hat eine bescheidene, für Welpen geeignete Krokettengröße und enthält viel frisches Geflügel als Proteinkwelle mindestens 25%. Das Futter ist von ausgezeichneter Qualität und hat einen angenehmen Geruch. Es wird auch von den meisten Hunden weitgehend toleriert und akzeptiert. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3 des HPC High Performance Ecomputing Da es sowohl mit L-Kernitin als auch mit Muschel-Extrakten angereichert ist, die Herz-, Kreislauf-, Knochen-, Knorpel- und Gelenke verbessern können, ist aktives Trockenfutter für alle Hunde mit erhöhter Aktivität, wie Z-Hunde. Es ist zucker- und weizenfrei und enthält wie die anderen Bursch-Sorten eine Immunkomplex-Formel, die sowohl der Darmflora als auch dem Immunsystem Ihres Hundes zugute kommt. Außerdem enthält das Futter einen hohen Anteil an frischem Geflügel, mindestens 25%. 15 kg, 1 kg, 3 kg, 4 bis 3 kg und 5 bis 1 kg sind die verschiedenen Größen der Mahlzeit. Nummer 2 dieses Senioren-Trockenfutter enthält zahlreiche Vitamine, Spurenelemente und andere Substanzen, die die Zählalterung hinaus zögern, gleichzeitig das Immunsystem stärken und eine gesunde Verdauungsflora fördern. Damit ist es perfekt für Hunde ab 8 Jahren. Folgende Mengen stehen zur Verfügung für mäßig aktive Hunde geeignet, da Weizen- und zuckerfrei sowie kalorienarm. Insgesamt ist das Futter ausgewogen, hält was es verspricht und schmeckt auch den unangenehmsten Hunden hervorragend, obwohl es sich um eine Dimalzeit handelt. Und die Nummer 1 unserer Liste das Adult-Trockenfutter mit Lamm und Reis wurde zum Testsieger erklärt und ist damit das feinste Buschhundefutter. Es enthält weder Weizen noch Zucker und ist besonders gut für sensible, energiegeladene Hunde geeignet. Das Besondere an Buschhundefutter ist die speziell kreierte Immunkomplexzusammensetzung, die zur Stärkung des Immunsystems und zur Erhaltung einer gesunden Darmflora beiträgt. Zur Stärkung von Knorpel, Gelenken und Knochen umfasst dies unter anderem Glucane, Manane und Muschel-Extrakte. Alle Buschhundefutter werden mit dem Rezept geliefert. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.